Ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier ist. Wir hatten gestern Abend schon einen sehr schönen Abend. Bruno Castellucci hier am Schlagzeug. Ich tue nichts, aber mir ist warm. Nichts. No, it's too early. Too early. I cannot take this off. Also. Aber anyways, am Kontrabass aus Dortmund, Ingo Senst. Auch sehr froh, dass er heute Abend da ist, und das ist aus New York und Berlin, Jean-François Friedrichs. Ja, ich habe ein Auto, um zu kaufen. Warum habe ich meine Auto, um zu kaufen? Ich bin einfach in der Mitte der Tür. Ich bin einfach in der Mitte der Tür, nicht sehr old, 500,000 Kilometer, aber in gut shape. New tires. Ist es nicht, oder soll ich... Die Tires waren 10 Jahre alt. Ja. Was das kommt? Oh, shoot. Du kannst es sehen. Was ist das, was ist das? Musik 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 Musik